Anarchismus Bei uns in Russland ist der Begriff Anarchismus diskreditiert, wie wahrscheinlich überall auf der Welt. Man stellt sich darunter Chaos und Unordnung, Saufen und Plündern vor. Aber wie Proudhon schon sagte, die Anarchie ist die Mutter der Ordnung. Wir sind Feinde jeglicher Macht. Der russische Anarchist Mikhail Bakunin. Eine Sendung von Gisela Abslö. Im Dorf Priamuchina, auf halber Strecke zwischen Moskau und St. Petersburg, treffen sich einmal im Jahr Anarchisten aus ganz Russland. Manchmal auch aus anderen europäischen Ländern. Bis zur Oktoberrevolution waren das Dorf und die Ländereien der Umgebung im Besitz der Familie Bakunin. Hier wurde am 18. Mai 1814 der Mann geboren, der einmal zu den radikalsten Freiheitskämpfern Europas gehören sollte. Mikhail Aleksandrovich Bakunin. Sein Haus haben wir nicht wieder aufbauen können, aber wir können einen Kreis von Freunden bilden, die gleichen Sinnes sind, wenn auch nicht immer einer Meinung. Es ist sehr gut, dass es diese Vielfalt der Meinungen gibt, dass wir sie aussprechen und einander zuhören können. Genau das ist und war immer der Sinn und Zweck dieses besonderen Ortes. Der Anarchismus unterscheidet sich ja gerade darin von allen anderen radikalen Bewegungen, dass er niemanden ausgrenzen, sondern die Menschen zusammenbringen will. Studenten und Wissenschaftler, Dozenten, Journalisten, Computerspezialisten und Gelegenheitsarbeiter haben sich heute in der kleinen Dorfschule versammelt, um Vorträge zu halten und miteinander zu diskutieren. Es sind Anarchisten verschiedener Richtungen oder bloße Sympathisanten. Sie kommen aus der ökologischen oder der Menschenrechtsbewegung, sie verteidigen städtische Grünflächen, historische Gebäude, Rentner und Flüchtlinge. Pyotr Ryabov, Dozent für Philosophie an einer Moskauer Pädagogischen Hochschule. Wir sind nur so einige hundert Aktivisten, aber es gibt ein weites anarchistisches Milieu, eine anarchistische Subkultur. In Russland ist unsere Lage sehr heikel. Die Miliz ist gefährlich. Sie versucht dauernd, uns kriminelle Machenschaften anzuhängen. Einige unserer Freunde sitzen bereits im Gefängnis und sehr gefährlich sind für uns die Faschisten, Skinheads und so. Jetzt sitzen die Teilnehmer der Anarchismuskonferenz in Priamuchina im Klassenraum für Geschichte. Die grasgrünen Wände sind fürs kommende Schuljahr mit bunten Papierblumen und Plakaten geschmückt. Auf einem sieht man Mäuse in Milizuniform, auf einem anderen staatliche paramilitärische Ordnungstruppen in Aktion, die mit Maschinengewehren auf Autos und Menschen zielen. Neben der Tafel hängt, mit Heftzwecken befestigt, ein Foto von Wladimir Putin. Und gleich daneben ein Porträt des jungen Michael Bakonin samt einem Zitat. Worin bestehen die zentralen Ideen des Lebens? In der Liebe zum Menschen und zur Menschheit und im Streben nach Vervollkommnung. Was ist die Menschheit? Sie ist Gott, verkörpert durch Materie. Das Leben des Menschen erfüllt sich im Streben nach Freiheit. Das schrieb vor gut 180 Jahren der Student Bakonin an seine Schwestern. Für das Recht jedes Einzelnen auf vollständige radikale Freiheit, also für die Anarchie zu kämpfen, wurde sein Lebensziel. Er verfasste Schriften zur sozialen und politischen Aufklärung, mischte sich in sämtliche revolutionären Bewegungen im Europa des 19. Jahrhunderts ein, gründete geheime Bruderschaften zu ihrer Unterstützung und nahm selbst an Barrikadenkämpfen und Umsturzversuchen teil. Anarchie bedeutete für Bakonin in erster Linie die Abschaffung von Machtstrukturen und freiwillige soziale Vernetzung. Bei allem Respekt vor den anderen Theoretikern des Anarchismus, Kropotkin, Proudhon, Max Stirner, Bakonin war der konsequenteste. Er steht für den uneingeschränkten Protest gegen jegliche Ungerechtigkeit und Unterdrückung, für die Realisierung von Freiheit in Theorie und Praxis. Seit Bakonin, hat der große deutsche Philosoph Walter Benjamin gesagt, hat es in Europa keinen radikalen Begriff von Freiheit mehr gegeben. Ich versuche hier so gut wie möglich, den alten Park der Bakonins wiederherzustellen. Dank Bakonin wurde ich mit einer wunderbaren Idee bekannt, der einzigen, die meines Erachtens die Welt halten kann. Es ist die Idee der Selbstorganisation einer Gesellschaft, die auf Gewalt- und Machtpositionen verzichtet. Sergei Kornilov ist der einzige Teilnehmer der Anarchistenkonferenz, der aus dieser Gegend stammt und das ganze Jahr über in Priamuchina lebt. Seine Vorfahren waren Leibeigene der Bakonins. Die Bakonins waren eine uralte Adelsfamilie, die ursprünglich aus Ungarn stammte. Ihre Wurzeln liegen also in Europa. Michael, genannt Michel, war der älteste Sohn und das dritte von zehn Kindern des Gutsbesitzers Alexandre Bakonin und seiner Frau Vera. Dem Vater verdankte er die Grundlagen seiner umfassenden Bildung, Sprachen, Eloquenz, Offenheit, Energie und die Lust am Unterwegssein. Nicht jedoch den Sinn für Rebellion. So schreibt Bakonin in seiner Geschichte meines Lebens, Meine moralische Erziehung hatte schon dadurch einen Knacks bekommen, dass meine ganze materielle, intellektuelle und moralische Existenz auf ein schreiendes Unrecht gegründet war. Auf die vollkommene Unmoralität, die Sklaverei unserer Bauern, von deren Arbeit wir müßig gingen. Mein Vater wusste sehr wohl um diesen Umstand, aber als Mann der Praxis sprach er uns niemals davon und wir blieben sehr lange, allzu lange ohne den Blick dafür. Etwa tausend leibeigene Bauern besitzt der Vater und gilt damit als einigermaßen vermögend. Die Leibeigenschaft, also das Recht, Menschen mit allen Konsequenzen zu besitzen, wird in Russland erst 1861 abgeschafft. Jahrzehnte nach Michael Bakonins Fortgang aus Blyamuchina. Jahrzehnte, nachdem er den Kampf gegen die Unfreiheit in Russland und Europa aufgenommen hat. Sie fragen, warum ging Bakonin diesen Weg? Wieso verließ er den wunderbaren Ort Blyamuchina, der berühmt war für seine Atmosphäre, seine Harmonie, sein humanes Klima? In dieser wunderbaren Familie wuchs also ein Zerstörer heran. Nein, so kann man es nicht sagen. Bakonin war nicht einfach ein Zerstörer. Er sagte, die Lust der Zerstörung ist eine schöpferische. Im Sturme atmet man leichter. Erst im Kampfe erfährt man, was ein Mensch kann, was er soll. Und wahrlich tut ein solcher Sturm Not der jetzigen Welt, welche sehr nahe daran war, an ihrer verpesteten Luft zu ersticken. Nur ist er noch lange nicht vorbei. Es war keine blinde Zerstörungswut. Zerstören wollte er das Überlebte, das nicht mehr Produktive. Etwa den Staat. Die Zwingherrschaft. Mit ihren Anhängseln im Geburts- und Geldadel, im Heer und in der Kirche. Die Zwingherrschaft im Heer ist die erste, die Bakonin selbst erlebt. Und es ist die erste, die ihn ernsthaft revoltieren lässt. Mit 14 wurde er vom Vater auf die Petersburger Artillerieschule geschickt. Erst drei Jahre vorher hatte sich die militärische und intellektuelle Elite des Landes, darunter mehrere Verwandte von Michels Mutter, gegen die Autokratie des Zaren erhoben. Der sogenannte Dekabristenaufstand wurde blutig niedergeschlagen. In der Folge ließ Nikolai I. einen beispiellosen Polizeistaat aufbauen. Unter diesem Regime lernt der Kadett Bakonin den Drill, die Körperstrafe und die völlige Geistlosigkeit militärischen Lebens kennen. Er beginnt, philosophische Werke zu lesen, desertiert, riskiert den Bruch mit dem Vater und mit dem Zaren und geht nach Moskau. Hier verkehrt er in Kreisen junger Demokraten und Westler, die unter der strengen Zensur und der Spitzelatmosphäre leiden, die teilweise Strafen und Verbannungen hinter sich haben und sich alle ins Ausland sehnen. Bakonin befasst sich mit Kant, Fichte, vor allem Hegel. Übrigens hat er Hegel erstmals ins Russische übersetzt und beginnt dann ein Studium der Philosophie in Berlin. Eigentlich wollte Bakonin ja danach wieder nach Russland zurückkehren, um dort Professor zu werden, aber er tat es nicht. Der Grund? Er begann zu bezweifeln, dass die Philosophie den Menschen helfen würde, sich wirklich in die richtige Richtung zu entwickeln. Seit mehr als einem Jahrzehnt gelten auch in den Staaten Westeuropas rigide Gesetze zur Eindämmung bürgerlicher Emanzipationsbewegungen. Umso mehr nimmt das Verlangen nach Selbstbestimmung und Bürgerrechten in der Bevölkerung zu. Bakonin beginnt, politisch zu denken. Er geht nach Dresden und freundet sich dort mit dem Linkshägelianer Arnold Ruge und dem revolutionären Lyriker Georg Herwig an. Mit seinem ersten programmatischen Aufsatz, den er 1842 noch unter Pseudonym in Ruges deutschen Jahrbüchern veröffentlicht, schlägt er sich auf die Seite der deutschen Revolutionäre. Freiheit Realisierung der Freiheit Wer kann leugnen, dass dieses Wort jetzt oben ansteht auf der Tagesordnung der Geschichte? Die fanatischen Reaktionäre verketzern uns. Sie sprechen uns alles Gute, alles Menschliche ab. Sie sehen in uns nichts anderes als eingefleischte Antichristen, gegen welche jedes Mittel erlaubt ist. Werden wir ihnen mit derselben Münze bezahlen? Schon in dieser ersten politischen Publikation spricht Bakunin das Verhältnis der Freiheitskämpfer zu Gewalt und Macht an. Soll die Macht, wenn die alten Systeme zertrümmert sind, einfach in ihre Hände übergehen und dann weiter ausgeübt werden? Womöglich mit Gewalt? Die Verneinung dieser Frage wird später eine der zentralen Thesen seines Anarchismus und die Hauptdifferenz zu den Ansichten von Karl Marx ausmachen. Von Gewalt als Mittel zum Umsturz freilich distanziert sich Bakunin nie und fordert die gänzliche Vernichtung der bestehenden politischen und sozialen Welt. Er hat aber auch gesagt, dass Gewalt und Blutvergießen immer etwas Furchtbares sind und dass übermäßige Gewalt zur Konterrevolution führt, dass daraus eine neue Diktatur entstehen kann. Auch wir sind dieser Überzeugung. Mit Gewalt kann man keine neue Gesellschaft aufbauen. Erklärt der Moskauer Philosophie-Dozent und Anarchist Piotr Ryabov. Deutschland besteht in den 1840er Jahren noch aus vielen kleinen Staaten, die sich im Überwachen ihrer Grenzen und ihrer Untertanen gegenseitig Konkurrenz machen. Als die Rufe nach Demokratie, Republik und Vereinigung immer lauter werden, reagiert die Obrigkeit der meisten Staaten empfindlich. Studenten und Ausländer beobachtet sie grundsätzlich mit Argwohn. Die Geheimpolizeien aller Länder haben ein Netz über Europa gesponnen. Auch der Revolutionär Bakunin gerät in ihr Visier. In Sachsen und Preußen ebenso wie in der Schweiz, Belgien und Russland. Sein unbändiger Tatendrang und seine Verfolger treiben ihn von Ort zu Ort, sein Leben lang. Auch in Frankreich und England, Italien, Österreich und Schweden macht er Station, oft nur für Wochen oder Monate. Er war der bedürfnisloseste aller Menschen. So erinnert sich der deutsche Emigrant Heinrich Börnstein, bei dem Bakunin in Paris in einem fast leeren Zimmer wohnt. Findlich. Studenten und Ausländer beobachtet sie grundsätzlich mit Argwohn. Die Geheimpolizeien aller Länder haben ein Netz über Europa gesponnen. Auch der Revolutionär Bakunin gerät in ihr Visier. In Sachsen und Preußen ebenso wie in der Schweiz, Belgien und Russland. Sein unbändiger Tatendrang und seine Verfolger treiben ihn von Ort zu Ort, sein Leben lang. Auch in Frankreich und England, Italien, Österreich und Schweden macht er Station, oft nur für Wochen oder Monate. Er war der bedürfnisloseste aller Menschen. So erinnert sich der deutsche Emigrant Heinrich Börnstein, bei dem Bakunin in Paris in einem fast leeren Zimmer wohnt. In jungen Jahren gilt der hochgewachsene Bakunin als ausgesprochen gut aussehend. Legendär sind sein Charme, die hellen, grau-blauen, immer aufmerksamen Augen und seine Fähigkeit, eine ganze Gesellschaft durch Witz, Logik und Wissen mitzureißen. Nichts Verbissenes, Gallichtes. Keine Tücke, keine Großmannssucht. Nicht ein Atom Eitelkeit war in ihm. Der Berühmtheit ging er aus dem Wege. Die Berüchtigtheit verlachte er. Heiter war er und blieb er. Legendär ist freilich auch Bakunins Neigung, das Geld anderer auszugeben. Allerdings bleibt ihm die meiste Zeit seines Lebens gar nichts anderes übrig. Übereinkünfte verfügt er nicht. Weil er mit Aufrührern und Umstürzlern verkehrt und sich trotz ultimativer Aufforderung weigert, ins Vaterland zurückzukehren, hat ihm der Zar 1844 den Adelstitel und die Erbansprüche entzogen. Mit einem Artikel in der Pariser Zeitung La Reform wendet sich Bakunin daraufhin zum ersten Mal direkt gegen den Zaren. Glauben Sie nicht, Monsieur, dass die Demokratie in meinem Vaterland unmöglich ist. Denn das russische Volk verfügt, trotz der fürchterlichen Sklaverei, die es niederdrückt, über einen vollkommenen demokratischen Instinkt. Das russische Volk macht Fortschritte, Monsieur, trotz allen schlechten Willens der Regierung. Sich fürchterlich vermehrende Teilaufstände von Bauern gegen ihre Herren beweisen dies nur allzu deutlich. Der Moment ist vielleicht nicht mehr fern, in dem diese Teilaufstände zu einer großen Revolution zusammenfließen werden. Im Pariser Exil appelliert der zornige junge Russe an alle Untertanen des Zaren, sich für dessen Unrechtregime verantwortlich zu fühlen und es zu stürzen. Und weil ihm die Tat immer näher ist als die Theorie, will er selbst den Aufruhr nach Russland tragen. Doch er kommt nur bis Prag, wo er versucht, die Süd- und Westslaven für den Freiheitskampf gegen die Großmächte zu gewinnen. Bald darauf geht er nach Dresden, um bei der Verteidigung des Bürgeraufstands gegen den sächsischen König zu helfen. Auf der Flucht nehmen ihn dann Chemnitzer Bürger fest, die sich das vom Zaren ausgesetzte Kopfgeld verdienen wollen. Sowohl in Sachsen, als auch später in Österreich, wird er zum Tode verurteilt und dann zu lebenslänglicher Haft begnadigt. Schließlich liefert man ihn an Russland aus. Als Bakunin 1861 der Gewalt des Zaren entkommt, hat er Jahre der Einzelhaft und der sibirischen Verbannung hinter sich. Doch sein Wille, für die Freiheit der Menschen zu kämpfen, ist ungebrochen. Ich habe das Wesentliche an seiner Idee der Anarchie sehr lange nicht verstanden. Bakunins Beschreibung einer idealen Gesellschaft ohne Macht und Gewalt war für mich erst mal genauso schwer zu akzeptieren, wie früher der Kommunismus, an den wir glauben sollten. Kommunismus und Anarchismus liegen zu nahe beieinander. Aber dann bin ich auf Bakunins Schriften aus den Jahren 1866 bis 1868 gestoßen, über die Macht und gewaltfreie Gesellschaft. Darin schreibt er, dass gewisse staatliche Institutionen, das Parlament etwa und die Gerichte, die er in einer Übergangszeit noch für zulässig hält, in direktem Verhältnis zur Bevölkerung stehen müssen. Um deren Willen sind sie ja da. Das heißt, jeder Beamte auf jeder beliebigen Ebene hätte nicht einem vorgesetzten Rechenschaft abzulegen, sondern den Bürgern. Und das hat mich überzeugt. Die revolutionäre Frage. Föderalismus, Sozialismus, Antitheologismus. So heißt der umfangreichste Text Bakunins, geschrieben Ende der 1860er Jahre. Er handelt vom Scheitern aller konventionellen Staatsformen. Aus Geldmangel kann die Schrift nur teilweise im Druck erscheinen. Wesentliche Thesen aber trägt Bakunin in der Internationalen Friedens- und Freiheitsliga vor, einem Bündnis unabhängiger, internationaler Demokraten, die sich gegen die zunehmende Kriegsgefahr in Europa wenden. Jeder zentralisierte Staat, wie liberal er sich auch stellen oder sogar welch republikanische Form er auch tragen möge, ist notwendigerweise ein Bedrücker, ein Ausbeuter der arbeitenden Volksmassen zugunsten der privilegierten Klasse. Er braucht eine Armee, um diese Massen im Zaume zu halten, und das Vorhandensein dieser bewaffneten Macht treibt ihn zum Krieg. Solange die jetzigen zentralisierten Staaten existieren, ist der allgemeine Friede unmöglich. Wir müssen also ihre Zersetzung wünschen, damit auf den Trümmern dieser gewaltsamen Einheiten, die von oben herab durch Despotismus und Eroberung organisiert wurden, freie Einheiten von unten herauf organisiert, sich als freie Föderation von Gemeinden zu Provinzen, von Provinzen zu Nationen und von Nationen zu Vereinigten Staaten von Europa entwickeln können. Auf dem Kongress der Freiheitsliga hat Bakunin Kontakte zur Arbeiterbewegung geknüpft. Er tritt in die in London gegründete erste internationale Arbeiterassoziation ein. In deren Führungsgremium spielt der deutsche Immigrant Karl Marx die maßgebliche Rolle. Er hat soeben den ersten Band seines ökonomischen Werks »Das Kapital« veröffentlicht und ist zusammen mit Friedrich Engels nicht nur der Verfasser des Kommunistischen Manifests, sondern auch der Statuten der Internationale und ihrer Prinzipien. In einem Brief schreibt Bakunin 1868 »Mein alter Freund, du fragst, ob ich noch immer dein Freund bin. Ja, mehr als je, lieber Marx, weil ich mehr als je zum Verständnis gelangte, wie recht du hattest, den großen Weg der ökonomischen Revolution zu gehen und uns alle zur Nachfolge einzuladen. Du siehst also, dass ich dein Schüler bin und ich bin stolz, es zu sein.« Bakunins zweifellos auch taktische Worte haben Marx' Anspruch auf eine Führungsposition in der europäischen Arbeiterbewegung wohl vorübergehend befriedigt. Zu einer Zusammenarbeit zwischen Marx und dem eigensinnigen Russen aber kommt es nicht. Die beiden kennen sich seit den 40er Jahren und immer wieder taucht seitdem Marx' Name in Verbindung mit dem Gerücht auf, dass Bakunin ein Spion der russischen Regierung sei. Wir hatten dann eine Auseinandersetzung. Er beteuerte niemals etwas gegen mich gesagt noch gegen mich unternommen zu haben. Ich wusste, es sei nicht wahr, was er sagte, aber einerlei. Ich trug es ihm nicht nach. Im Übrigen interessierte mich in anderer Hinsicht sehr, seine Bekanntschaft zu erneuern. Ich hatte das Manifest der Internationale gelesen und dies Manifest war bemerkenswert, tüchtig und tief wie alles, was aus seiner Feder kommt. Wenn er sich nicht in persönlicher Polemik ergeht. Doch Marx' Kampagne geht weiter. Wo er kann, schürt er das Misstrauen gegen den russischen Anarchisten, nennt ihn selbst einen höchst gefährlichen Intriganten. Seine anarchistischen Thesen, gedankenlose Schwätzereien und hohle Einfälle. Gezielt betreibt er Bakunins Ausschluss aus der ersten Internationale, bis diese sich spaltet und im Jahr 1878 endgültig auflöst. Was aber ist die eigentliche Ursache dieses Konflikts, den der Bakunin-Forscher und Herausgeber Wolfgang Eckart eine der entscheidenden Weggabelungen in der Ideengeschichte des Sozialismus nennt? Marx war nicht Erfinder von Kommunismus und Sozialdemokratie, also von diesen ersten beiden Strömungen der Auffächerung. Er wurde aber zusammen mit Engels ideengeschichtlich zum lautstarken Begründer beider staatssozialistischer Ansätze. Ihre politische Vision war die Eroberung der politischen Macht mithilfe der Form der Partei. Bakunin im Gegensatz dazu wurde zum Exponent der herrschaftskritischen, sozialrevolutionären Spielart des Sozialismus, die er natürlich auch nicht erfunden hat, aber als erster auf eine organisatorische Grundlage gestellt hat. Marx hat vor allem in Deutschland, England und Frankreich Rückhalt. Dort, wo die Industrie am dichtesten, die Arbeiterbewegung am organisiertesten ist. Bakunin findet seine Anhänger dagegen mehr im Schweizer Jura, in Spanien, Belgien, besonders in Italien und bald auch in Russland. Dort dominiert das von Marx so verachtete Lumpenproletariat, extrem arme und völlig ungebildete Bauern und Tagelöhner. Neben den persönlichen Auseinandersetzungen ist es jedoch vor allem eine Frage, die Marx und Bakunin trennt, nämlich, welche Rolle die Macht innerhalb der sozialrevolutionären Bewegung spielen soll. In seinem Hauptwerk »Staatlichkeit und Anarchie« schreibt Bakunin »Wir sind in der Tat Feinde jeglicher Macht, weil wir wissen, dass Macht ebenso zersetzend auf den wirkt, der sie hat, wie auf den, der ihr gehorchen muss. Unter ihrem verderblichen Einfluss werden die einen zu geizigen und habgierigen Despoten, Ausbeutern der Gesellschaft zum eigenen Vorteil oder dem ihres Standes und die anderen zu Sklaven.« Logisch, dass Bakunin auch die marxsche Idee von der Diktatur des Proletariats ad absurdum führt. »Sie behaupten, dass ein solches staatliches Joch, eine Diktatur, ein unvermeidliches und vorübergehendes Mittel zur vollständigen Befreiung des Volkes sei. Anarchie oder Freiheit ist das Ziel, Staat oder Diktatur das Mittel. So ist es also zur Befreiung der Volksmassen erst nötig, sie zu knechten. Wir dagegen behaupten, dass Freiheit nur durch Freiheit geschaffen werden kann. Bakunins Text »Staatlichkeit und Anarchie« enthalte wahrscheinlich die beste Kritik am Marxismus, die es bis dahin gegeben habe, meint Bakunin-Forscher Wolfgang Eckhardt. »Da hat er wirklich mit ausgefrorener Hellsichtigkeit argumentiert. Also das Operieren mit Spaltungen und Ausschlussverfahren sind ja fester Bestandteil der kommunistischen Organisationsgeschichte. Und da hat also Bakunin leider, wie man sagen muss, absolut Recht behalten. »Staatlichkeit und Anarchie« erschien 1873, drei Jahre vor Bakunins Tod. Es war die einzige seiner grundlegenden Schriften, die zu seinen Lebzeiten als Buch gedruckt werden konnte. Die Leserschaft sollte vor allem die demokratisch-oppositionelle Jugend Russlands sein, die er schon früher ermutigt hatte, ins Volk zu gehen. Dabei müsse sie jedoch auf eines besonders achten. Denket daran, Brüder, dass die studierende Jugend weder Herr noch Beschützer noch Wohltäter noch Diktator des Volkes sein darf, sondern einzig der Beistand seiner freiwilligen Emanzipation. Bakunins dringender Wunsch, mit der russischen Jugend in Kontakt zu bleiben, war schließlich der Grund für seine fast zwei Jahre währende Blindheit gegenüber einem Mann, der in der revolutionären Bewegung Russlands Gewalt und Terror propagierte, Sergej Nechayev. So entschieden Bakunin sich auch später von ihm distanzierte, der Ruf, selbst ein Befürworter des Terrorismus zu sein, blieb an ihm haften und verstelle bis heute seine Bedeutung, so Wolfgang Eckart. Grundsätzlich muss man natürlich zunächst festhalten, dass es bestimmt keine Figur des 19. Jahrhunderts gibt, deren Denken wir heute in jeder Hinsicht und in allen Einzelheiten akzeptieren können und das gilt natürlich auch für Bakunin, aber für meine Begriffe ist tatsächlich eines seiner Dimensionen lebensphilosophisch zu charakterisieren, nämlich als Emanzipationsideal, als Vision einer kreativen und selbstbestimmten Gemeinschaftsform und zum Zweiten, die zweite Dimension ist also tatsächlich politisch als Aufruf zur Befreiung. Bakunin hat es auf den Punkt gebracht, dass die Beteiligung an der Herrschaft von Menschen über Menschen nur verheerende Folgen haben kann. Er hat mal wörtlich dazu geschrieben, dass Macht ebenso zersetzend auf den wirkt, der sie hat, wie auf den, der ihr gehorchen muss. In Bakunins Heimatdorf Priamuchina geht die diesjährige Anarchistenkonferenz zu Ende. Anderthalb Tage lang haben die 40 Teilnehmer in der kleinen Dorfschule über den Werteverlust der globalen Gesellschaften gesprochen, über die Macht der Wirtschaftslobbys und die Folgen einer Klimakatastrophe diskutiert und sich über die Tauglichkeit des Internets als grenzüberschreitendes Anarchisten-Netzwerk gestritten. Ist aber, wurde einmal gefragt, unter den gegenwärtigen Umständen im globalisierten Kapitalismus und angesichts der vielerorts abnehmenden Presse- und Meinungsfreiheit, die Vorstellung von einer Realisierung des anarchistischen Gesellschaftsmodells nicht illusionistisch, gar naiv? Keineswegs, meint der Philosophie-Dozent Piotr Ryabov. Anarchismus ist für mich nicht nur eine Utopie, ein Ziel, das die Gesellschaft irgendwann erreichen soll, sondern vor allem eine persönliche Weltanschauung, in deren Zentrum steht die Freiheit und die freie Persönlichkeit und eine damit verbundene Lebenspraxis. Ich glaube, dass die Menschheit sich in einer Sackgasse befindet, in der Macht der Staaten und des Kapitals und wahrscheinlich wird sie sich selbst vernichten. Das heißt, wenn der Anarchismus schon nicht als soziale Utopie für die ganze Menschheit möglich ist, so doch als existenzielle Entscheidung des Einzelnen, als Widerstand gegen die ihn umgebende Welt. Das heißt, das ist wichtig, für mich das das in der Anarchizm.